so hallo wir machen weiter beide legend of zelda tears of the kingdom letztes mal haben wir zwei türme aktiviert und sind jetzt im gebiet der orny angekommen also man sieht ja unser erster weg hat uns ja hierhin geführt ich habe noch kaum was hier erkundet so richtig ich habe noch kaum was hier erkundet so richtig aber ich weiß nicht was ist das für eine markierung hier die kann weg aber wir haben dafür die türme haben den schrein ausgelöst und ja aber wie gesagt ich habe hier noch kaum was erkundet und ich bin vor allem mega gespannt was es mit diesem ding hier auf sich hat das ist hat was mit der story hier zu tun genau infos zum let's play stehen in der beschreibung es ist blind und neben dem dass es blind ist oha ist ganz viele kriege konstrukte auf die habe ich jetzt ja nicht so bock neben dem dass es blind ist wird es auch ungeschnitten sein das heißt alles was passiert seht ihr auch ich werde kaum etwas rausschneiden ausnahmen bestätigen die regeln warum ist das so sieht so speziell aus okay wir gucken mal wer hier ist ja und ich möchte dem heutigen part es hoffentlich schaffen zu dem stall zu kommen wo sich die redaktion niedergelassen hat das habe ich jetzt schon ganz oft gesagt ich habe es immer noch vor hallo du bist ein orni die beiden leuchtfeuer haben dich zu mir geführt oder ich habe sie hier erlichtet damit auch im schneesturm jeder hierher finden kann wir sparen nicht an feuerholz damit man die feuer auch dann sieht wenn man in großer höhe fliegt doch wirken die leuchtfeuer im vergleich zum kartografierturm regelrecht mickrig ja den habe ich schon ausgelöst ja ich bewundere die halianer dafür dass sie etwas so großartiges geschaffen zu haben okay hebra berg hütte es sind mehrere orni cool am fuße der hebra berge wurden diese geheimnisvollen objekte entdeckt sie haben eine seltsame form nicht wahr weil das sind so ja ich habe alle an untersuchen daran durchgeführt habe ich daraus nicht einmal was oder wofür sie sind ausscheinend ist die scharfe kanzler haben sieht aus als wären sie schon gefährlich so anzufassen als wäre es schon gefährlich anzufassen okay ich kann sie einfach nehmen sehr schön das sind einfach so alpha krieger konstruktoren hörner ja dann kann ich alles nehmen cool da gehöre ich mir doch einfach sehr gut da gehöre ich mir doch einfach okay ist hier drin jemand wichtig hier ist jemand wo steckt er nur du suchst jemanden ich warte auf tulien wir wollten zusammen auf nahrungssuche gehen aber mittlerweile ist er ziemlich spät dran er hat bestimmt noch vorbereitung im dorf der orni zu treffen ich sollte doch etwas warten okay wenn das mal keine halianer ist ich kann dir förmlich ansehen wie das wetter hier zusetzt aber falls etwas mit besprechen mit mir besprechen wolltest müssten wir auf das auf mein gott später verschieben ich wollte nämlich gerade mit gesahn und den anderen losgehen um essensvorräte zu besorgen wir sind schließlich mit in einem schneesturm da ist es nicht leicht sich jeden tag ohne mahlzeit zu organisieren ok was geht hier innen so ab ich glaube ich mal euer feuerholz bist du das link endlich einer der mich kennt ich hatte gehört dass du verschollen warst aber da bist du ja gesund und munter gebe hat sich auch sorge um dich gemacht hast du mit ihm schon gesprochen ich würde ihm ja selbst sofort bescheid sagen aber im moment bin ich sehr beschäftigt tebas sollte sich im dorf der orni aufhalten er würde sich bestimmt freuen wenn du ihm an den besucher abstand ist die gleich südlich von hier aber es ist doch noch das dorf also ist es doch noch das dorf so trotz ölflasche erst mal fotografieren man kann es auch in ein lagerfeuer gießen um dieses anzufachen okay da kann ich fotografieren auch in ordnung dann fotografieren wir es nicht ich denke hier über den speiseplan der nach die draußen um essen zu beschaffen oder zu forschen wegen dieses schneesturm ist es schwierig zutaten zu kriegen aber wir überleben der kreativen kochen ja ja du musst mir nicht erzählen wie man kocht ich weiß dass ja ich weiß dass übrigens ihr für euch ist es ja so schwer an zutaten zu kommen können wir hier mal kurz danke schon ein bisschen frech dass man das darf okay himmelsarch das ist das ist der schneesturm das sind lauter so boote das ist die himmelsarche safe call okay den zur legende den mit dem lied es begab sich dass kein wind sich mehr im dorf erregte der himmel erstarrte und die erde zerfiel die dorfbewohner wähnten himmelwärts die rettende lösung und blickten voller hoffnung empor dort sahen sie eine gestalt durch die dunklen verharrenden wolken rasch in richtung ihres dorfes fallen jeder im dorf fiel die gestalt für eine gottheit denn nur heere wesen könnten den himmel bewohnen tag für tag nun blickte die gottheit von einem hügel gegen himmel voll sehnsucht nach der heimat den himmelsinseln aus mitleid vergaß man im dorf die eigenen sorgen und trug die gottheit mit der orni schwingen kraft schwingen kraft empor doch welch höhen sie erklimmen müssten das war keinem von ihnen bewusst ein jeder versuchte die gottheit hoch in ihr luftiges reich zu geleiten aber ach den flügeln der orni fehlte die kraft als die gottheit die sah rief sie riet sie dem häuptlichen materialien zusammen mit hilfe derer die der himmel zu erreichen sei voll neuen mutes machte man sich im dorf daran besagte materialien zusammen zu tragen das ziel erreicht zeigte sich die gottheit zufrieden und verneigte sich tiefer dem versammelten dorf die materialien von der gottheit mit mysteriöser macht bedacht fügten sich zu einer flotte kleiner boote zusammen voller vorsicht bestiegen die dörfler die boote die daraufhin sachte import zu schweben begannen höher und immer höher führte sie die gottheit nach oben zu guter letzt durch die verharrenden wolken hindurch sie hatten ein meer im himmel erreicht in dem hunderte inseln schwebten so dass es den orni den atem verschlug die heimat der gottheit so wunderschön ein jeder der orni hätte nur zu gern hier verweilt kurze zeit nach ihrer rücke erwachte der wind dann zum leben beim blick zum himmel war der schreck vorerst groß ein riesiges schiff schwebte dort in der höhe gesandt von der gottheit für die hilfe der orni zum dank zu beiden seiten des schiffes schlugen ruder gleich schwingend von vögeln doch gänzlich lautlos sein flug die winde bliesen über hebrai hinweg wie der eins der himmel erstrahlte die knospen der pflanzen brachen hervor die gottheit hatte den orni den segen des windes beschert nur durch das vogelförmige schiff bald schon himmelseiche genannt war das dorf vor dem kataklysmus bewahrt und damit endet die geschichte von der himmelseiche die vor langer zeit das dorf der orni beschützte es ist jetzt halt was interessantes na wir sind ja in der gleichen gegen also im gleichen zeitraum wie birth of the wild so das ist ja immer noch der gleiche link in birth of the wild hat man halt von dieser sache noch nie irgendetwas gehört aber auch in birth of the wild müsste es ja diese himmelsinseln und diese legende und das alles schon gegeben haben also so ein bisschen schneidet man sich damit natürlich jetzt schon in die eigene timeline rein weil das in birth of the wild natürlich nicht geplant war dass es das geben wird und wenn man dann den himmel guckt sieht man da natürlich auch nichts wenn wir jetzt hier den himmel guckt sieht man das halt alles aber ja muss jetzt halt so hinnehmen dass die welt ein bisschen anders ist obwohl es eigentlich die gleiche welt ist so ist es ist ein bisschen komisch ok war das jetzt das lied in alten zeiten vergessen von allen kam ein gott aus dem himmel gefallen zusammen mit diesem himmelskinder erschlaffen in erschlaften hebra alle winde mit dem windstab auch das land dies wurde kataklysmus genannt wobei der kataklysmus war ja jetzt erst warte hat das hat sich dann jetzt erst ereignet dann habe ich nichts gesagt aber das würde ja bedeuten dass wir länger wie lange waren wir weg weil kataklysmus ist ja jetzt erst passiert ja ok dann will ich mal nichts gesagt haben des gottes sehnen nach himmels höhe ließ alles vergessen ihr eigenes weh mit vereinter kraft wurden boote gebaut und den himmlischen himmlischen lüften anvertrauen ich kann es nicht ganz nachvollziehen ob das jetzt wirklich in der vergangenheit passiert ist oder in der zeit während wir da unten waren dann dieses chaos sich ereignet hat und wir dann wieder oben waren so keine ahnung so konnte der gott sein exil beenden und uns zum dank eine arche senden dies schiff brachte uns den wind zurück und das ganze land erstrahlte in glück also irgendwie klingt halt wie eine legende wie es ist ja auch aber ist es eine legende die sozusagen schon zu birth of the wild hätte bekannt sein müssen oder halt nicht so das ist die frage fletterpfad ja hier ging es zum turm okay dann gehen wir jetzt mal richtung dorf dann ist scheinbar das doch noch das dorf oder wie ich bin verwirrt aber das macht nichts ach jetzt ist der typ mit seinem scheiß schild wieder da er kommt ja okay aber das ist doch jetzt mal ein einfach das ist doch jetzt aber jetzt mal wirklich einfaches schild nein mein gott das ist doch jetzt mal wirklich einfaches schild ich habe halt einfach nicht die geduld dass es ordentlich aussieht es muss am ende nur halten so lass los hallo nein es fällt nicht um jetzt chill doch so so 20 rubine essen und eine donnerblume hat die gleichen reißbällchen ja okay da ist auch in ordnung ich nehme alles was ich kriegen kann so okay weiter richtung dorf der orni was ach so von dem haben wir auch noch kein foto eispyromane pyromagus nevermind der hat immer so coole stäbe na ja man kommt doch ja mein gott warum kann ich eigentlich nix yes yes sehr schön ach so der stab ist jetzt ah lol safir schwert es ist eigentlich nur ein reiseschwert deswegen hat das als foto so angezeigt aber ist mit einem safir zert 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 oder wie es ist eigentlich nur ein reiseschwert aber ist dadurch dass es mit so einem ding zerteilt also mit so einem na mit so einer synthese gemacht wurde lol okay warte ähm zert so dann schmeißen wir den jetzt mal weg der ist eh kaputt und nehmen den kollegen mit aber er kann jetzt das gleiche wie ha das heißt ich kann ihn mir jetzt ohne dass ich okay das ist voll gut ich kann mit safirin jetzt sozusagen den effekt von dem erzeugen okay doch das dorf gibt's noch das dorf gibt's grundsätzlich schon noch ich dachte das gibt's nicht mehr ja okay alles klar ähm dann können wir da ja hin dann kann ich wahrscheinlich auch so feuerstäbe selber bauen wahrscheinlich dann mit keine ahnung rhodonit oder was weiß ich das ist ja voll interessant was sich da alles für möglichkeiten ergeben so dann versuchen wir jetzt mal da hinzugehen irgendwie am schnellsten wäre ich wahrscheinlich wenn ich mich einfach in den turm begebe hochfliegen lasse und dann darüber schwebe sind wir mal ganz ehrlich da habe ich nämlich keinen stress mit fichern auf dem weg die ganze zeit komm das machen wir ich habe jetzt keine lust auf große wegstrecke mit problemen wir schweben da einfach einmal rüber warum soll ich es mir schwer machen wenn das spiel mir auch den einfachen weg möglich macht klar verpasse ich dann auf dem weg irgendwelche sachen erstmal aber wir kommen weiter so einmal nach oben bitte dankeschön das ist halt voll gut das ist halt ultra gut einfach das ist also dass du durch die türme jetzt so hoch starten kannst und dich dann da sozusagen überall hinbegeben kannst das ist halt voll gut ich kann gar nicht in worte fassen wie gut das ist dorf der ronni tabanta grenzland erstmal schrein auslösen garter kieser schrein rein da ok was haben wir hier jetzt für ein rätsel ritt auf dem wind klingt doch nach viel flug action hui ok da ist ein ventilator dem kann ich aber auch nix machen achso ich will einfach hier durchfliegen ja ok easy hui scheiße ich habe ein essensproblem ja aber gut im schrein sterben ist dafür gar kein problem im schrein sterben ist ja überhaupt kein thema oh scheiße ich bin gerannt und dann war die ausdauer schon weg und das fand ich so klug so also das hat ja gerade eigentlich fast gut funktioniert wenn ich nicht dumm gewesen wäre ist hier irgendwas unten kurzer blick nein oben ist auch wait ist da was nee da ist nix drauf das sind nur die laser dinge ok 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 also gehen wir normal runter lass uns nur kurz immer mal wieder dann praktisch passend fallen krass die haare sind irgendwie auch cool animiert ja wo will ich jetzt hin aber hier runter will ich doch nicht oder ähm ähm Ach so. Ach, das geht selber kaputt. Ich dachte, ich muss vielleicht so ins Feuer oder so, aber das geht einfach auch so kaputt. Oh, das wusste ich nicht. Dann hätte ich ja die anderen Sachen auch schon kaputt machen können. Oh, scheiße. Oh, jetzt wird's kritisch. Ja, hier sind Gegner, hier sind Gegner. Ich will halt gucken, ob hier irgendwo eine Truhe ist. Ja, da ist eine Truhe. Gib mir die mal kurz. Starker Konstruktbogen. Ja, dann schmeißen wir doch einfach den normalen Konstruktbogen. Da ist eh einer. Dann schmeißen wir den hier weg. So, waren das schon alle Truhen? Yes. Also geht's jetzt nur noch darum, hier rauszukommen. So, warte, hier ist Ende. Hier will ich nicht hin. Hier geht's durch. Okay. Gut. Dann kümmern wir uns nicht weit um die Gegner und gehen einfach raus. Sehr schön. Passt für mich. Nummer 11. Jetzt wird es sich natürlich lohnen, vor einer Segenstatue noch einen Schrein zu machen. Aber gut. So. Sehr, sehr schön. Das ist ein Krok. Wunderbar. Okay. Okay. So. Jetzt gehe ich allerdings als erstes hier nochmal raus und die Brücke nach vorne. Ich will zu dieser verdammten Redaktion. Ich will zu dieser verdammten Redaktion. Warte, wo war denn die Brücke? Hier unten muss das sein, ne? So, aber jetzt kann ich das ausprobieren. Ich kann hier das Eis kaputt springen. Das wusste ich natürlich nicht. Das ist ja voll cool. Das ist ja voll witzig. Ist da eine Truhe drin? Da ist was drin, ne? Ist da eine Truhe drin? Okay, kann ich? Ich habe kein Feuerding, ne? Ja, ich habe kein Feuerding. Ich habe auch gerade kein... Nix, womit ich... Ich wollte mal was testen, ob ich so einen Feuerstab mir erstellen kann. Aber machen wir es mal anders. So müsste es ja auch gehen. Wollte ich das abschießen? Oder reagiert es auch so? So reagiert es nicht, ne? Ne, so reagiert es leider nicht. Ah, ärgerlich. Okay. Mit so einer Feuerwaffe... Mit so einer Feuerwaffe ging das, glaube ich mal. Dass man sich daneben stellen konnte. Und dann hat es das hier aufgetaut. Aber ich will jetzt nicht meine Feuerpfeile hierfür verschießen. So. Das ist ne Truhe. Das ist ne Truhe. Holzpfeil. Schön, schön. Oh, da drüben muss der Stall sein. Da drüben muss der Stall sein. Yes. Genau da wollen wir hin. Wunderbar. Dann haben wir es gleich. Dann erfahre ich vielleicht jetzt gleich mal, was ich alles mit der... Ich dachte, hier ist vielleicht was, aber hier ist nix. Was ich alles mit der... Dings machen kann. Mit dem Fotoapparat. So an Quests nämlich. Ich bin sicher, mit diesem Kleblatt-Kurier ist irgendwas mit dem Foto. An Quests. Garantiert. Alles andere würde mich sehr wundern. Ja, ich dachte, da unten ist was, aber war leider nix. Da war leider nix. So. Prima. Ja, die Brücke ist kaputt, aber das hat uns nicht weiter interessiert. Weiter geht für Flügellose auf eigene Gefahr. Genau. Wir sind von der anderen Seite gekommen. Hat sich alle schon geklärt. Was gibt's? Hast du auch was im Dorf, Donnie, zu erledigen? Falls ja, hast du Pech? Ja, nö, ich komme daher. Seit es diesen Artikel in der Zeitung gab, Orni, Nahrungsmittelknappheit durch Schneesturm, treffen hier Vorräte ein. Aber wie du siehst, ist der einzige Weg ins Dorf unpassierbar. Daher können wir die Vorräte nicht dorthin transportieren. Ganz ehrlich gesagt, will die gerade mit unserer Weisheit am Ende. Die Sonne versteckt sich auch, weshalb... Deshalb ist es ziemlich kalt. Ich werfe besser noch einen Hyrule-Tallen-Zapfen ins Feuer. Aber weißt du was? Die brennen fast zu gut. Wenn ich zu nah dran bin, werden mir die glatten Haare aus dem Gesicht gepustet. Neulich hat dieser Gallo einfach so einen ins Feuer geworfen, während ein Stapel Zeitungen in der Nähe stand. Die wurden vom Windschluss natürlich sofort mitgerissen und sind bis zum Dorf der Orni auf der anderen Talseite geflogen. Das war ein ziemliches Durcheinander. Ah, ich... Ich verstehe. So ein bisschen verstehe ich, was sie mir erzählt und wollte. Aber das ist keine Brücke, die ich reparieren kann, oder? Ich kann jetzt nicht einfach... Ne, die kann ich leider nicht reparieren. Schade. Gut, aber dann quatschen wir mal. Mit den Kollegen hier. Deshalb bin ich ja da. Das wollte ich ja schon vor ganz vielen Parts machen. Hat nur leider noch nicht sofort geklappt. Okay. Ne, ich will mit ihm quatschen. Ich sollte wohl losgehen und mir Holzbündel besorgen. Nochmal, mit Tannenzapfen ein Feuer anzünden? Nein, danke, da falle ich lieber in ein paar Bäume. Hallo, willkommen im Stall der Orni. Ich meine beim Kleblattkurier. Tut mir leid, alte Gewohnheiten wird man nicht so schnell wieder los. Anders als sein im Stall. Ich bin hier nur der Aushilfe. Wenn du alles etwas beim Kleblattkurier zu erledigen hast, frag doch drinnen nach. Okay. Alles klar. Ja, ich habe das mit den Tannenzapfen schon kapiert. Ich werde das ausprobieren. So. Jawohl, da ist meine Quest. Niemand da. Archiv vorübergehend geschlossen. Ja, das Archiv werden wir wahrscheinlich sehr schnell füllen. Kletis, die Schriftredakteurin, ist im Moment sehr beschäftigt, damit zu planen, wie wir Informationen über Prinzessin Zelda recherchieren können. Wenn du etwas bei der Zeitung zu erledigen hast, muss ich dich mit mir begnügen. Der Nummer zwei. Ah, du bist schön, dass du hergekommen bist. Muss ja ein weiter Weg vom Spellposten bis hierher gewesen sein. Wahnsinn, dass du uns überhaupt gefunden hast. Kletis hat tief in die Trickkiste gegriffen und diesen Stall dem vorherigen Besitzer abgenommen. Von außen sieht alles immer noch wie ein ganz gewöhnlicher Stall aus, also schenkt uns niemand größere Beachtung. Aber dir, dir entgeht nicht viel. Wenn du möchtest, kann ich ein gutes Wort bei Kletis für dich einlegen. Dann könnten wir gemeinsam als Reporter böse Taten aufdecken und das Licht der Wahrheit erstrahlen lassen. Hey, Ruhe! Hör mal, Pan, ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt, bei der Arbeit würde ich nicht gestört werden. Und diesen Stall habe ich dem vorherigen Besitzer zu einem äußerst fairen Preis abgekauft. Also verbitte ich mir Andötungen, dass ich ihn irgendwie übervorteilt hätte. Tut mir leid. Hier gibt es einen Anwärter auf die Reporterstelle, also wollte ich nur... Ein Bewerber? Hm, warte mal. Dich habe ich doch schon mal... Ah! Link! Link! Also sag mal, Pan, könntest du uns kurz eine Minute unter vier Augen geben? Okay, let's go! Gib mir Quest! So, jetzt kannst du mir die ganze Story erzählen, Link. Du musst wissen, ich bin jetzt die Chefredakteurin des Kleeblatt-Kuriers. Deshalb erkenne ich natürlich alle wichtigen Personen gleich auf den ersten Blick. Außerdem hat uns Pura darum gebeten, nach Informationen über Prinzessin Zelda Ausschau zu halten. Also nachdem das geklärt wäre, was bringt dich heute zu uns? Verstehe. Du untersuchst also Orte, an denen seltsame Phänomene geschehen, um Prinzessin Zelda zu finden. Dann war es die richtige Entscheidung, zu uns zu kommen. Wir bekommen nämlich ständig Hinweise von Leuten aus der ganzen Welt. Darunter sind auch einige, die behaupten, eine Frau, die wie Prinzessin Zelda aussieht, gesehen zu haben. Ich hatte vor, Pan damit zu beauftragen, diesen Gerüchten einmal nachzugehen. Aber ich wollte ihm nicht auf den Schnabel binden, wenn du wirklich bist, Link. Ich denke, das ist besser so. Allerdings braucht er einen Partner für seine Nachforschungen. Also wie wäre es, wenn du ihn dabei unterstützt? Es versteht sich von selbst, dass du das nicht umsonst machen musst, obwohl das natürlich praktisch für meine Bilanz wäre. Ich zeige dir gleich mal die Belohnung, die dich erwartet. So, da wären wir. Kleidung. Voila. Ich würde dir eine komplette Krötenausrüstung... Lass mich raten. Mit der Krötenausrüstung kann ich unendlich klettern. Yes. Yes. Yes, Sir. Wenn du mit Pan zusammenarbeitest und deine Sache gut machst, das gehört diese großartige Ausrüstung ganz dir. Gar nicht übel, oder? Tja, das wäre mein Angebot. Pan, du kannst wieder herkommen. Von heute an ist das hier dein Partner. Ja, wenn du sogar Chefarbeiterin Kletis überzeugen konntest, hat mich mein Eindruck wohl nicht getäuscht. Also Pan, hauptsächlich solltest du dich in den Stellen nach Informationen umhören. In Stellen versammeln sich viele Leute und das bedeutet, dass sich dort auch die Informationen ansammeln. Macht das Beste daraus. Episoden auf der Suche nach der Wahrheit. Auch wenn es sich erfahren gibt und verwegen aussieht, ist Pan als Reporter noch ein Anfänger. Vielleicht gelingt ihm nicht alles auf Anhieb, aber arbeite trotzdem mit ihm zusammen, ja? Überall, wo sich viele Leute aufhalten, gibt es auch Gerüchte. Vielleicht hilft uns eine davon, Prinzessin selber zu finden. Ich möchte euch beide darum bitten, euch gründlich in den Stellen umzuhören. Okay, also ich muss in jeden Stall. Das heißt dann aber... Ich verstehe. Das heißt dann aber, es hat nichts mit dem Foto zu tun. Okay, ich dachte, vielleicht kommt hier die Foto-Quest. Dann weiß ich noch nicht, wo es die Foto-Quest gibt. Also, hör zu, Kollege. Unsere Aufgabe ist, die weiten Übersichtungen von Prinzessin selber herauszufinden. Dabei sollten wir nicht viel Fehlerlesen machen, sonst gehen uns die Informationen noch durch die Lappen. Hören wir uns bei den Stellen, denn da versammeln sich die Reisenden. Wir sehen uns dort. Und jetzt, Abflug! Okay, also müssen wir Stall für Stall erkunden. Und, ja. Gut, ähm, dann haben wir das schon mal geklärt. Jetzt würde mich interessieren... Wenn ich hier einmal rumlaufe, was es hier noch so alles Hübsches gibt. Ich bräuchte... Also, irgendwas bräuchte ich, dass die Dinger schneller kaputt gehen. So, ne? Ich will halt keine Waffen dafür verschwenden. Aber so ist das halt auch irgendwie... Irgendwie nicht so der Weisheit letzter Schluss. Aber dafür habe ich jetzt die Idee, wie ich ziemlich effizient das Eisding auf der anderen Seite gleich aufmachen kann. Und noch ne Axt. Aber wir haben eigentlich aktuell eine, das passt schon. Ja, wie gesagt, ich hab ne Idee, ich will gleich mal was ausprobieren. Ähm. Wollte nur gucken, ob hier noch irgendwas ist, aber scheint nicht so. Okay. Dann jetzt folgendermaßen. Ähm, wir... Hm. Was halt schade ist, dass ich die Brücke nicht reparieren kann. Ich dachte, vielleicht kann ich die reparieren. Aber kann ich ja scheinbar nicht. Die hängt einfach hier und das war's. Ich kann da nix machen. Ne. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Na gut. Ähm. Dann porten wir uns jetzt einmal zu einem der Stelle. Und gucken mal, ob wir da schon die Quest ein bisschen vorantreiben können. Also, ob's da wirklich nur darum geht, alle Ställe überall gefunden zu haben. Oder ob man da wirklich dann noch was machen muss. Das interessiert mich jetzt noch. So. Weil dann muss doch jetzt hier der Dings... Genau, da ist er. Sehr schön. Der ist jetzt also an jedem Stall. Ja. Vorsicht, Kollege. So viel Lärm am frühen Morgen verschreckt die kleinen Vögelchen. Dann bekomme ich keinen Pieps mehr aus ihnen heraus. Und dass gerade jetzt ein interessantes Gezwitscher in der Luft liegt. Ich will ja keine falschen Gerüchte in die Welt setzen. Aber es heißt, dass Prinzessin Zelda auf einem Monster geritten sein soll. Das Monster soll scharfe Beiße gehabt haben und so riesig wie ein Berg gewesen sein. Hey, what? Es war das erste Mal, dass meine kleinen Kundschaften eine solche entsetzliche Kreatur erblickten. Außerdem fügten sie hinzu, dass es wirklich stünde dieses furchtbare Wesen unter der Kontrolle der Prinzessin. Ich kann nicht glauben, dass es eine solche Kreatur wirklich auf der Welt geben könnte. Aber wenn's nun doch ein Monster ist, dann wäre die Titelseite nicht groß genug für einen Bericht. Einer der Gäste in diesem Stall hat etwas von einer unbekannten Kreatur berichtet. Soll sie in der subtropischen Region im Süden gesichtet worden sein? Wenn wir bei verschiedenen Stellen herumfragen. Ja, und was soll mir das jetzt bringen? Okay. Das heißt, ich muss Stall für Stall abklappern und krieg mehr Informationen dann zusammen. Verstehe ich das soweit richtig? Wenn ich jetzt also noch den Stall hier mitnehme. Ne, wo war der denn? Hier. Wenn ich jetzt also den Stall noch mitnehme. Dann haben wir da nochmal eine neue Information. Weil, also die Information, die ich jetzt bekommen habe, ist halt nichts, womit ich jetzt aktuell was anfangen kann. Zumindest glaube ich das. So, ja, da ist er wieder. War hier nicht das goldene Pferd? Was ist mit dir denn los? Okay. Bitte entschuldige, aber dürfte ich dich bitten, mir nochmal die Vorkommnisse in diesem Stall zu schildern? Tja, dieser Stall hat ein extrem seltenes goldenes Pferd versorgt. Das Prinzessin... Ich sag's doch. Doch eines Tages ist es davon... Eines Tages! Vor drei Parts war's da. Effektiv, vor ein paar Minuten war's noch da. Das Verschwinden eines Pferds von Prinzessin Zelda ist an sich schon ein Titelthema wert. Doch was mich und viele unserer Leser interessiert, sind die genauen Umstände, die zu seinem Verschwinden führten. Oh ja, das werde ich wohl nie wieder vergessen. Ich hatte mich bereits um die Pferde gekümmert und ruhte mich im Stall aus. Das Pferd der Prinzessin war meist ruhig und freundlich, aber plötzlich wierte es so laut, dass ich es drinnen hören konnte. Also bist du zu ihm, um hin und nachzusehen. Ganz genau, und dort stand sie plötzlich direkt vor dem Stall. Die vermisste Prinzessin Zelda. Als sie sich dem Stall langsam näherte, begann das goldene Pferd wie wild zu toben. Und dann stürmte es Hals über Kopf aus dem Stall. Und während ich dem Pferd noch hinterher schaute, verschwand die Prinzessin ganz plötzlich. Es ging alles so schnell. Das Pferd und Prinzessin Zelda werden sich wohl kaum in Luft aufgelöst haben. So absurd dieses Gezwitscher auch klingen mag, scheint es sich hierbei um eine ernste Sache zu handeln. Oh, du bist es, Kollege. Du scheinst ein Talent dafür zu haben, andere unbemerkt zu belauschen, die ideale Voraussetzung für einen Reporter. Na nun, noch jemand aus der Redaktion? Ganz recht, das ist mein Kollege. Er ist zwar noch neu, aber scheint über großes Potenzial zu verfügen. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, ihn in die Unterhaltung mit einzubeziehen. Gab es sonst noch etwas Auffälliges? Mal sehen, also das Pferd verhielt sich jedenfalls anders, anderer als normal. In der Nähe der Prinzessin, die ihm sehr zugetan war und er beschützte, und es beschützte, schien es immer sehr glücklich zu sein. Ich weiß auch nicht, was es plötzlich so verängstigt haben könnte. Hä? Ich sag, das ist nicht die echte Prinzessin. Das ist so ein, so ein Konz, also irgend so ein Viech. Bin ich ziemlich sicher. Wir haben ja gesehen, wo sie gelandet ist. Sie ist ja in der Vergangenheit gelandet. Also, ne? Man sagt, Prinzessin Zelda sei eine sehr warmherzig, ehrenvolle Person. Und eben, jene Prinzessin soll auf dem Pferd Angst gemacht haben? Ja, eben. Das ist nicht die echte. Ich konnte leider nur die Silhouette des Gesichts der Prinzessin sehen, aber sie wirkte irgendwie kalt. Dabei macht es sich bei unserem Gespräch zuvor einen so liebenswürdigen und herzlichen Eindruck. Vielleicht war es ja auch bloß etwas verstimmt, was sich ihr Pferd plötzlich so wild verhalten hat. Nun, das entlaufende Pferd wieder einzufangen, ist das Mindeste, was ich jetzt noch für die Prinzessin tun kann. Es ist nach Norden gerannt und seitdem fehlt von ihm jede Spur. Ich würde mich nur zu gern selbst auf die Suche machen, doch es gibt Gerüchte über ein großes Flugma... Nein! Der Frost-Griog. Nein, der Frost-Griog. Okay, wir versuchen es. Ich muss es ja wahrscheinlich nur holen. Ich muss es ja wahrscheinlich nur holen. Ich muss hoffentlich nicht gegen das Viech kämpfen. Ja, aber Subtropische... Das ist jetzt halt das Ding, ne? Subtropische Region im Süden, das ist ja wirklich so ganz woanders. Also, das ist ja wirklich nochmal ganz woanders. Aber Seldas Goldenes Pferd, das ist jetzt halt schon... Ja, damit kann ich halt was anfangen mit der Information. Also, ich will nicht gegen den Kollegen kämpfen, aber das Pferd ist halt dann dort. So, das ist der Punkt. Ich meine, ich habe safe noch keine Chance gegen so ein Viech. So, wenn jetzt ein Läune hier wäre, hätte ich auch keine Chance. Braucht man gar nicht reden drüber. Also, gucken wir jetzt halt mal, wie gut ich da zurechtkomme. Aber wie gesagt, vielleicht muss ich das Pferd ja nur finden. Und kann da weg, ohne dass ich mich großartig mit dem Kollegen beschäftigen muss. Das wäre mein Wunschdenken. So, ich gehe mal hier hoch und gucke mal, ob ich es schon sehe. Ich sehe kein Pferd. Den Kollegen sehe ich. Aber kein Pferd. Sag nicht, es taucht das auf, wenn ich den besiege. Ah. Ich sehe immer noch kein Pferd. Ich meine, es kann ja auch vielleicht noch weiter da in die Richtung sein. Ich weiß es ja nicht. Scheiße. Okay, wie gut komme ich an dem vorbei? Okay. Ab wann bemerkt er mich? Ich sehe immer noch kein Pferd. Lass mich bloß in Ruhe. Der hat auch keine feste Route. Der fliegt einfach irgendwo rum, ne? Schlecht. Schlecht. Schnell hier rein. Scheiße. Well. Ich glaube, er hat mich bemerkt. Er hat eine coole Musik. Oh, ich glaube, er zieht weiter. Okay. 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 Okay, aber direkt bei ihm war jetzt schon mal kein Pferd, ne? Dann wäre die Frage jetzt, ist das Pferd noch weitergezogen oder muss ich ihn halt wirklich erst besiegen dafür, dass das Pferd wieder auftaucht? Das wäre jetzt halt noch die spannende Frage. Also, wie weit Richtung Norden muss ich für das Pferd? Weil ich hätte ja auch hier hingehen können, ohne an ihm vorbeizumüssen. War das dann nur die Richtung für das Pferd, der Hinweis für die... LOL! Ja, okay. Let's go. Dann war das nur der Hinweis für die Richtung. Und man musste gar nicht sich mit dem Viech anlegen. Das war nur der Hinweis, dass in der Richtung das ist. Okay. Ja, hat der geholfen? Jetzt ist nur die Frage. Ist es leicht zu fangen oder nicht? Scheiße. Ja, geil. Hat ausdauertechnisch gut funktioniert. Oh, hier ist so eine Glyphe. Die habe ich auch schon aus der Luft gesehen, ne? Kann ich es noch nicht schaffen, weil die Ausdauer nicht reicht? Oder, 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 oder? Was ist das Problem? Ich glaube, es reicht noch nicht, weil... Ich glaube, es geht noch nicht, weil die Ausdauer noch nicht reicht. Ich fürchte, es geht noch nicht. Ich glaube, ich muss es am Stück mit der Ausdauer dann schaffen. Ah, ist natürlich blöd. Ey, das wird nix. Das wird nix. Yo! Was wäre nicht, wenn man das jetzt töten würde? Geht wahrscheinlich gar nicht, aber... Andere Pferde könnte man ja theoretisch, glaube ich, töten, oder? Ne, keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Okay. Gehen wir kurz zur Erinnerung. Machen wir kurz die Geschichte. Dann haben wir noch was Schönes in dem Part. Und dann schließen wir den Part auch ab. Dann können wir auch gleich den Krok suchen dazu. Den Krok habe ich schon gesehen. Loll. Stürzt einfach wieder aus dem Kümmel so ein Ding runter. Immer wieder spannend. So, da ist der Krok. Ja! Yes! So. Und jetzt muss ich nur... Die Träne finden. Und in der Nähe von der Träne ist dann das Ding... Aber das Ding ist allgemein jetzt nicht so groß. Das kann ich einfach kurz mal ablaufen. Na, das wäre jetzt natürlich schlauer. Man guckt sich das aus der Luft an. Von dem Turm aus wahrscheinlich, der irgendwo da in der Nähe war. Aber das sollte so auch möglich sein, das Ding zu finden. So groß ist das jetzt nicht. So, das singt ihr Tallinn. So, da haben wir jetzt auch schon mal in der Nähe. Wo ist das? Was ist das? So, da ist die... Wenn ja, wenn du das gleiche machst, dann geht es gut. So, dann geht's das Ding. Okay. So, dann geht's das. von hier oben ein bisschen mehr aber am schlauesten ist man halt wirklich wenn man sich von oben anguckt so das habe ich schon kapiert aber wie gesagt das ist jetzt kein so großes feld auch nee das ist jetzt die schlechteste waffe dafür gewesen man so mach dich weg gleich zwei auf einen schlag sehr schön immer wieder schönen kopf zu finden wir sind ja am äußersten rand der map jetzt na ja hier endet die karte oder ist noch ein exe exe interessiert mich jetzt aber nicht lass mich in ruhe exe nein ich drücke immer ich drücke immer falsche tasten ich hasse alles ich will die taste ja danke ich will nicht mit der taste alter ich will die richtige waffe so und zwar die da und das kommt jetzt mal ordentlich es darf ist irgendwas fotografierbar jawohl das auge ist fotografierbar ok ja wie gesagt das ist nicht so gedacht das weiß ich weiß dass man sich aus der luft anschauen kann ich dachte halt es ist so klein aber es ist im endeffekt doch schon recht groß plopp noch ein ding was runterfällt vor allem weiß ich jetzt halt nicht wo ich schon war und wo nicht ich habe so ein bisschen langsam den überblick verloren muss ich gestehen scheiße exalforst interessiert mich nicht ja doch es ist schon ein bisschen größer als es auf den ersten blick gewirkt hat meine vermutung war diesbezüglich dann leider nicht so gut dass man das schon schnell sehen wird wo die träne ist scheiße ja ok das das hat jetzt leider nicht so ganz zu dem erfolg geführt den ich wollte mein gott ich drücke immer die file sicher ja schade aber das lasse ich jetzt nicht auf dem sitzen das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen dass das das nee das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen so nicht so nicht so nicht so in welche richtung muss ich so geil oh shit ich weiß gar nicht ob das überhaupt aber wir können erstmal wieder hier zwischen da unten ist es jetzt sehe ich es jetzt sehe ich es da unten ist es so könnt ihr erstmal wieder hier zwischen landen so jetzt sind wir wieder an meinem lieblingsort so da unten ist das ding sehr gut aber da sehe ich eigentlich auch alles was ich sehen wollte ne so war mal ganz ehrlich hör auf da geräusche zu machen so dieses ding hat hier theoretisch seine augen alter kann man es von hier aus schon sehen ist jetzt die frage weil ich sehe noch gar nichts ich sehe noch gar nichts das sind ganz viele von solchen knubbel dingern aber das ist halt alles nicht die träne oh gott aber wie gesagt hier hat es sein auge so ne wenn das so ein viech also das ist doch theoretisch ist das ein viech und hat hier ein auge soll ich da mal hinfliegen so keine ahnung ich meine ist es richtig dass ich es noch nicht so gut sehe oder hätte ich es jetzt schon sehen sollen das ist halt die frage die ich mir gerade stelle aber wenn es um augen geht dann wäre halt das da unten das ding also gleich hier am anfang theoretisch aber da ist auch der croc ja scheiße bruto alter alter schwede das hat nicht so gut funktioniert jetzt jetzt starte ich hier unten wieder ach ne ich glaube ich habe noch nicht so ganz verstanden wie das gemeint ist wie man dieses ding sehen soll was dann am ende den dass die wirkliche träne sein soll die augen waren schon mal nicht weil die werden hier gewesen scheiße dann muss ich es wohl doch erstmal dabei lassen weil dann habe ich es noch nicht so ganz kapiert wie ich da am ende wirklich das richtige finden kann kann ich das in meinen quests nachlesen das gibt doch zehn kundel ja das habe ich ja verstanden abenteuer erinnerungen oder episoden also das ist das ist das ganze kleeblatt kurierzeug und maronus das ist was anderes hätte ich mal fotos vielleicht machen sollen von den wandbildern im tempel wäre das vielleicht klug gewesen ja das sind alles so von der form her diese tränen aber scheiße ich habe jetzt keinen unterschied gesehen zwischen den einzelnen jetzt wieder hier ich habe keine ahnung wo ich hin muss ähm dann machen wir das beim nächsten mal beim nächsten mal vielleicht dann mit mehr erfolg ja ich bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss ich bedanke mich ich bedanke mich das ist wirklich ich bedanke mich Vielen Dank.